Musik Also auf der Map sind die markiert Musik Ich kann das nicht nachvollziehen, weil das ist nicht drin In dieser ersten Runde geht es nur darum, möglichst schnell Damage rauszuteilen und zu sterben Echter Gang bitte Nichts anderes ist hier jetzt gerade, deswegen ist es völlig irrelevant, was du für ein Mächte spielst, weil du eh weggeballert wirst Ja, sollte schon light on job sein Ja, also muss halt, wie gesagt, extrem hochgeschwindig Ging über das Tor rüber oder das Ballern ist gepumpt? Ja, ja Bravo Lanze über links Bravo Lanze über links Während wir übers Tor springen, ballern wir auf den Generator vom Tor Hallo, Chiraco Ah ja, Chiraco, links da oben Okay Ja, wir brauchen, wir müssen sagen, das ganze Gegner fällt rüber, das schaffen wir nicht Das haben wir jetzt schon ein paar mal probiert Vieles markiert Ähm, warum sind jetzt fünf bei euch hier links? Und, äh, am Tor einfach vorbei oder was? Vorüber springen Vorüber springen Vielleicht sind sie ganz vorne alleine Wir haben einen Autisten mit dabei Springen Und auf geht's Volles Gas laufen Und dann kann ich jetzt voll ab Sprungen Ja, ganz oben in der Basis drin Ach, da, wo das Atomzeichen ist, da sind die Generator Ja, genau Ja, genau so Wo ich abwappt den Generator So viel damage würde ich gerade drinnen machen können Jetzt geradeaus rüber Wieso bin ich alleine auf Ogen 1? Weil ich tot bin Tot Da aus Kaputt Dafür, dass du hingekommen bist, nicht geschoben So Wir gehen noch mit auf Ogen 1 Weiter auf Ogen 1 Ja, schön Ja Jawohl Können wir Omega angreifen oder noch nicht? Ja, auf Omega Komm Auf Omega Auf Omega Ich hab eins abgeben können Ja Kann man da unten oder Kann man da überall raufziehen? Du musst auf den Generator schließen Auf den Generator Das Ding war so Auf den Generator Boah Wie ich da halt Wie ich da halt durchporte, ey Ganz ehrlich Ich Wo ist mit allen Generator Auf der Rückseite der Kanone Auf der Rückseite der Kanone Jetzt wird's spaßig Was jetzt range? Ja Spaß mix Jeder nimmt was er will Ja Warum spaß mix? Jetzt was? Wir machen jetzt Schaden Ja Wir machen jetzt Schaden Nein Nein Gleich fehlen Gleich fehlen Aber der letzte Rush wird rücken Jetzt machen wir nochmal eine Runde Damage Ich bin sicher die nächsten beiden Komm niger So jetzt gibt's Moppen Wo ist der Generator an der Rückseite? Wer obendrauf auf der Kanone? Oder mehr unten dran? Hinten und Beschützter Auf der Rückseite Hast du noch nie gespielt? Doch doch Auf der anderen Map Da hab ich den mal gesehen Den Generator Der ist genau Der ist genau Der ist einfach da draußen Du Hä? Ja Keine Angst Es ist nur Mistlings Da will ich nur spielen Acht Wenn wir sie sehen Ich sitz im DUCKA-Frakt Ich will auch nur spielen Mistlings kommt Und males war dazu Das meint er jetzt nicht mehr. Der will Raketenausschaltung, der holt Raketenschaltung, die ballern hier nicht mehr drüber, wenn wir den nicht wegpusten. Alzheimer ist gestorben. Ach ja, mach er je. Er hat wahrscheinlich vergessen, dass er in der Schweinschicht wird. Oh Mensch, schön, ich hab's ja geschafft. Oder er wollte sehen, was jetzt kommt. Er hat das Krieg nicht mehr gefunden. Der hat gescoutet, ganz einfach. Genau, wo ich jetzt kommt. Jetzt wissen Sie, von welcher Seite wir kommen, dass er sterben ist. Also ich weiß nicht, was der da gemacht hat, aber es war definitiv nicht scouten. Also... Nein, das war sterben gehen. Ja, genau, das scouten war das nicht. Wollen wir das andere Tor auch noch aufmachen vorher? Da oben sitzt ein UAV. Wer vermut... Wer vermut... Ups. Ich hab irgendwie mehr Range als ich das Mod-Kind-Bass. Ah, zwei Banshees. Nice. Aua. Ja, du schießt noch mal nicht den Rücken hier, ne? Ah, nur der Arm. Unser Atlas geht vor. Wo geht der denn langsam? Er geht überall hinfahren. Nee, auf Beta. Beta rein, okay. Während wir reingehen, können die da drüben das Tor dann auch machen. Ich mach ihm mal das Tor auch, ja. Mach das. Ja, und ich bin sowieso Sniper. Das passt. Ist drauf. Ja, ist sehr gut, ist sehr gut. Jetzt wird's spaßigt. So, Mettock N. Mettock Nudelsalat. Ja klar, aber der ist eins der blöden LRM-Boote, was auf die Oma kriegen muss. Und O. LRM's like Scheiße, ne? Oh! Aua, Aua, Aua! Madcats in der Mitte. Geht mal, das ist alles ja, wenigstens. Deine Mettock bei EG... Nun kommt mal, wir gehen hier hinter dem Atlas hinterher. Das ist eine Raketen-Dose. Guten Tag. Hallo. Timber, richter Stich. Weniger weit. Über 30 nach unten. Da war's. Das lobst du aber auch bloß, Freundchen. Timber Richard ist down. Wenigstens bis zurückzuspüren. Timber Friedrich, kriegt! Und Timber Friedrich ist weg. Hellbringer Siegfried. Und ist weg. Mettock Otto. Oh! Mettock Otto wäre noch ein Rücken. Nimm kurz größer. Ja, der kriegt von mir LR die ganze Zeit. Ist linker Torso offen. Und Rückmiss offen. Oh, Natascha. Das weiß ich nicht. Halt mal ein bisschen Abstand. Ich hab dich. Ich hab dich jetzt. Ah, ich verstehe. Aber du standst genau an meiner Feuerlinie. Was war zum Rücken? Was ist das? Leute, ich lenke dich hier ein bisschen ab. Wieso kriege ich Raketen, um ruhig außer Sicht? Ich verstehe es. Ist hier nur eine Frau oder bin ich genaht? Er hängt dich wieder noch. Ne, nichts zu sehen. Dormpro, Kuh, kriegt. Ha! Den hab ich aber noch zerrissen, ey. Madcat, Zimberwolf, Zacharias. Ja. Aua, 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 aua. Ich krieg jetzt hier auch mal richtig. Aber die haben mich gerade nur mit Raketen treffen. Ja, ja. Echt super, Leute, die sind. Komm hier. Ruf da, ruf da, ruf da, ruf da, ruf da. Ein bisschen Mut habe ich noch. Na, da geht's. Sporker-Time. Dito, bin auch im Stalker jetzt. Video schon rein, nö, oder? Ne, 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 um Gottes Willen. Dormpro, Kuh, krieg, schon wieder relativ. Hm, da stimmt doch auch wieder was nicht. Ne, ich bin immer noch drin. Oh, ich komme jetzt schon mit dem Light. Ich auch. Dann warte dir aber. Nicht reingehen wir im Letzte. Nein, das ist der Vorletzte. Hab drei Leits. Oh, ne. So. Schlaugeißer. Jetzt kommt Jenny. Fuck, aber dann wieder. Jetzt kommt der Thunderpip. Hm. Was schon in die Tage. Ja, 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 ja. Dropchips sind eindeutig zu lahm. So, vorwärts Marsch hier. Gehen über Beta raus, wenn ich das richtig sehe. Wer geht über Beta raus? Die? Ja, da ist ein Hellbringer, ne Madcat. Ich bin gerade in Richtung Beta-Tor unterwegs. Ja, das macht nix, dann laufe ich zu Alpha rein. Ja. Ich gucke erst mal zu, wie sie Bellheim auseinander wixen. Hm. Ich gucke erst mal zu, wie sie Bellheim auseinander wixen. Die haben hier irgendein Spot da. Alzheimer, super. Als Siemer. Da hat so jemand wieder das Ei nicht hinbekommen. So, wollen wir rein? Oder zieht schon jemand Alzheimer? Mal über Alpha? Ja, falsch geschrieben. Mit typisch anglophomen Zeitfehler. Moment, noch nicht rein, Moment. Wir wollen nicht versuchen, den Generator jetzt anzugreifen. Doch. Probieren wir es. Doch, sollten wir machen. Wir wissen nicht, ob wir mit dem letzten Marsch so durchkommen. Ganz genau. Natürlich kümmern wir dabei, was geht, aber wir schauen schon mal. Ajak und die beiden anderen haben auch keinen Ersatz mehr. Nö, die haben schon ihre Mixfeld battled. Echt jetzt? Ja, die kamen gleich hinterher. Hm. Das ist ganz schlecht. Oh, jetzt hab ich nur einen Tag. So. So, Alpha? Ja, Alpha. Auf und Weg los, geht's links rum, links rum, links rum. Da muss es werden. Okay, gentlemen, let's do this. Hm. Nach links rum, oder? Ja, links rum, durch. Okay, atem durch, atem, auf und weg. Erst, drei. Dann darf man runterkommen und dann durch. Marsch. Weiter. Ah, da kommt noch einer. Jetzt kommt Martin. Genau. Ganz genau. So sieht's aus. Jawoll. Macht das Ding hier noch was? Nee, ist schon kaputt, kann ich das machen. Ja, ist schon down. Das würdest du spüren, wenn du vorhin stehst. Ja, die ist schon angeschossen, die hab ich vorhin schon mit LSR bearbeitet. Nicht anhalten, für die einfach nur draufschießen beim Vorbeilaufen. Der Atlas ist schneller als ich. Wenn du in Forso verfolgen, könnt verfolgen in Forso, aber schön. Schöne Bewegung bleiben. Leute, ich brauch hier langsam ein bisschen Hilfe. Wie schnell seid ihr denn? Ja. Ja, kann doch so schnell wie du das verloren ist, Mann. So schnell wie du das geht, oder? Ist das wahr? Aua, hau, 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 hau. Ich hätt wohl noch ein paar extra Runden drehen sollen. Ja. Ja. Aber dafür hab ich sie schön zurückgezogen. Ihr könnt jetzt reinkommen. Hört sich gut an. Ah, wer will das? Ach so, den Weg noch. Weiter laufen, weiter laufen. Kann ich nicht, wenn er meinen Rücken kommt, bin ich tot. Läuft. So, kommt ihr hoch nach Romika? Komm nicht mehr hin, da stehen zwei Eierchen. Ich hab nicht im Geschäft. Ja, da steht einiges hoch. Die haben sich da jetzt eingeigelt. In welche durchgekommen? Negativ. Das wird hart. Mhm. So. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle noch einen schicken Light. Ja. Ja, also. Ne, Zickel. Ah, keine Sachen, ja. 96 kmh, halb wie. Ah, nein! Nein, 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 nein. Komm schon, einmal noch abdrücken, einmal noch. Ja! Den wollte ich noch. Du sollst nicht passen. Du sollst nicht passen. Du sollst nicht passen. Du sollst nicht schneller mit denen. Geil. Was ist das nicht? Das klappt nicht die meiste Zeit, das klappt erst mal eine Mitte. Ja. Für mich ist das wichtig, dass wir die 80 Punkte kriegen. Die sollst mal zusammenkriegen. Die müssen wir eigentlich zusammenkriegen. Die haben wir schon lange zusammen. Wegen 5 an 10, die du dann ziehst oder so. Ich bin nicht nur die Kohle. Oh, ah ja, du bist ja schon ganz hin. Oh, hättest du nicht warten können bis zum letzten Drop. Wir müssen das beiden roten, die ich schaffe nicht machen. Ne, ich schaffe nicht mal. Wir haben ein Feuerwerk, ist doch egal. Ganz genau. Ja, und das ist auch eine der besseren Einheiten, gegen die wir draufgehen. Und dafür haben wir uns erst gut geschlagen. Jetzt hätten wir das durchaus gewinnen können. So schlecht war das jetzt gar nicht. Ach, Klammwolf International ist das. Ja, ja. Ja, wir hätten normalen Fight, hätten wir das gewinnen können. Mit Sicherheit. Ihren TS-Daten habe ich mittlerweile auch bei mir. Alle da? Ja, alle, die noch leben, ne? Alle, die meckern, ja. Abgeben. Überrechte lang, ne? Restaurant, los. Ferenckis Restaurant. Attacke. Das ist echt nicht so leicht, das Ding zu nehmen. Der Alarm ist, dass du leidest. Na klar, ich meine, da ist ja nur 10 Meter bis zum Reaktor, ne? Ja, Bacabadoo. Alles stark klar? Lasst mal die Mediums, also mich jetzt in dem Fall, vorgehen. Ich bin langsamer als ihr. Ihr holt mich dann sowieso ein. Wir haben noch einen Flame, wir haben noch einen Yenlo. Oh ja, ja. Dann erstmal der Flame vor. Und einen Thunderbolt. Und einen Thunderbolt. Und eigentlich seid ihr nur noch Mediums hier. Und trotzdem, ne? Why so ever. So. Geht auch immer noch. Nein, der schafft auch immer noch nicht. Wir versuchen jetzt mal für die Lights ein bisschen Feuer einfach nur abzufangen. Jo. Das ist doch eine Scheiße hier. Oh, die gehen mir richtig hart. Hinter den Gebäuden lang geht die. Okay, ich lenke die hier ein bisschen ab. Hinter sie am Vormarsch. Ich bin drauf. Feuer, 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 Feuer. Schieß, schieß. So, okay, ich bin tot. Jetzt kommen sie zu euch. Los, kommt jetzt rein. Macht, macht, macht. Ich habe sie da. Du schießt zu tief, Jedi. Nach oben, nach oben. Ja, Jedi. Genau. Ja, kommt. Oh nein. Oh, Leute. Nein. Aber krass, ey. Oh. Und die ist rein, die Fans-Turret nebenbei gesagt. Wenn wir in beiden Gelben-Gelds vorher besser auf Generator gegangen, dann wird es gewonnen. Holy shit. Naja, also machen wir in Zukunft immer Rad-Hoffen Richtung Generator. Okay? Tja. Leute, spannendes Game. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Runde. Cheerio, go over and out. Tschüss. 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 Vielen Dank.